Das ist der Flur im Untergeschoss, die Holzdecke fehlt noch, da sieht man, was hier allein an Kabeln und so weiter drin ist, Sicherungskasten mit FI-Schutz für alles, ja, dann haben wir hier das Bad, also die Dusche, da fehlt jetzt noch die Holzdecke, sonst ist alles schon so weit drin, ja, mit Waschbecken und so weiter, ja, Lüftung, dann haben wir hier separates WC, da sind jetzt noch ein paar Kartons und so weiter, das Freihänger, da ist die Decke schon drin, da muss bloß noch rausgeputzt werden, ja, und, ja, Abluft, so, dann kommen wir hier, ah, ja, gut, das ist noch, die muss noch fertig gemacht werden, die Treppe, dann kommen wir hier in Zimmer 9, ja, da ist auch ein Fernseher drin, ein großer Schreibtisch, da steht jetzt natürlich noch Zeug drum, Ja, dann haben wir hier ein Cocktail-Sessel, Fenster, fehlen noch die Vorhänge, ja, Boxspringbett, ist noch verpackt, muss man noch machen, ja, schönen Stuhl noch und einen Schrank, den muss man auch noch auspacken und natürlich hier wieder die Schrankkombination mit dem, mit der Minibar und dem großen Kleiderschrank, müssen wir jetzt nicht aufmachen und ein Spiegel, der muss natürlich auch noch befestigt werden und noch ein kleiner Tisch, also jedenfalls genug Platz, schön, ja, okay, das war's, Zimmer 9.